Hallo. Wir werden heute mal ein bisschen Sachen erkunden und gucken, was wir hier noch machen können, weil ich habe ein paar Sachen mir angeguckt und ja, das hört sich bis jetzt ganz nice an, weil wir ein paar neue Klassen bekommen, die wir uns mal angucken können. You'll be glad to hear, we fortunately for us, this one started talking the moment of barg may have through speaking with him, we might discern some mean. Oh, that. Ox guards make for relatively safer travel. They can, most convenient, though they only travel during the day. This ox guards found for the cheque can't let you on until you've paid. So. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Oh, fühlt sich eine Tommy nicht masculine ist. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. noch einer. Ja, wir haben es ein bisschen weiter geschafft. Aber da werden wir jetzt hier einmal Do not waste this chance. We must press home our advantage noch mehr Oh god Oh 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 come on, come back here Das war nicht so erfolgreich Das ganze nochmal Okay, und nochmal. Mal gucken, was jetzt kommt Is that a chance? Das ist dein Wettbewerb. I'll crush you if you beat that up Let's my mantle grant you an amazing beast What? Alter. Oh Gott. Und schon wieder Angriff. Da hinten sind auch noch welche. Ja, ich. Wieso geht's nicht weiter? Oh. Ja. Oh. 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 Ich bin honnert, dass du dich an deinen Seite gehst, Arisen. Du hast ihn direkt, wo du willst. Kommt jetzt der nächste Angriff oder kann ich jetzt mitfahren? Mh. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Lass uns an den Erinnern. Das ist kein großer Schock für mich. Hallo. What am I to do? Ich muss ihn aufschreiben. Häh. Hä? You've got them right there! A grim ogre, master! I suppose I'll handle this. Ah, you fool of you! You're mine! You're mine! I'll find something. Give me one more commercial to bring it down! Strike fast and true, and our quarry shall fall! Quarries need to be here. Allow me. Wait a moment. Focus. A moment of precision is planned. Okay. Let my magic fill your weapon with the fury of the elements. Put the flame in your presence. Alter. Ah! 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 Do not wait this chance. Press home, Aurifon! Strike fast and true, and our quarry shall fall! Understood. Oh no. Ah! Oh no. Oh no. La, the axe is out there. Okay, the whole battle is not ruined. Okay, go ahead. Oh no. Okay. Ah no, he's dead. Oh no, it's the Euchre. Ah no. Ah no. Oh no! Uh oh no! Ah no, I think that's what I was trying to do. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Let's finish this Well done Huh Endlich geschafft So 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 Well met sir need a room for the night we must rest though this Good morrow everyone off we go then ready to forge on Well met sir need a room for the night Okay 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 Pleasure doing So Ich brauch doch die Bastion Maske Hello Well met sir need a room for the night Pleasure doing business I can't say I don't know I know I can't say It's called I can't say It's called So, rein da. Ne, ich bleib drin. So, den hier müssen wir aufheben und dann können wir jetzt nach Malve reisen. Den müssen wir nämlich auch mitnehmen. Also irgendwie so hier in Malve. Der Lennart irgendwas machen. Okay, vielleicht auch nicht. Der Händler war falsch. Das war falsch. Hier in der Händler, wir haben auch so viele Kunden, dass ich beide Rolle selbst kann. Aber genug von mir. Du brauchst etwas? Okay, dann hier vielleicht. Okay, dann hier vielleicht. Irgendwo war doch hier ein Dude. Oh. 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 Okay. Hilfe. Oh. Den hab ich gesucht. I have more than my fair share of- I pray you will give me- Can't say I have any tidings to share. We're all met. Looking to make a purchase? Much obliged, sir. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. I have to look at how you get the class. Thank you. Amen. Amen. Hä? Wenn's doch mal zwei Spirmen... ... ... ... ... ... ... ... Amen. 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 Ah, ich bin noch nicht so weit, okay. Okay. Oh, ich habe beide schon aufgehoben. Okay. Okay, ich muss wieder nach Kontrollpunkt. Ruhe, Stadt. Schreie. Pfff. 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 Ein Zyklop! Ein Zyklop! Ein Zyklop! Ein Zyklop! Oh! 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 What's up? Not like a feast to get you ready for bed. Not like a feast to get you ready for bed. Oh! Da geht's nicht runter. Isis sting is yours to wield. Oh! 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 Das ist wahr, und unser Quark shall formen! I grant you lightnings, Fang! Hey! Okay. So. 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 Wir haben jetzt nämlich die Position unserer ersten gefundenen Medaille positioniert. Alles für den Anfang von der Sphinx. So. 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 No one can defend themselves when grappled like this. Witness my eyes. That's what I'm talking about. Okay. You have my protection. So... So... Ich wollte mal was nachgucken. So... Oh... Waaayy stones... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, irgendwie gibt es hier noch was, wo man hinkommt. Achso, ich... Ich wollte mal Errungenschaften angucken. Laufbahn zur mystischen Klinke. Zurückkehrt, Drachenhauchturm erreicht. Okay. So, also ein Plan ist es natürlich, ähm... Die irgendwie versuchen... Oh Gott. Irgendwie versuchen, ein... Wie heißt das gleich noch? Ein Greifen zu reiten. Is this a challenge, Arisen, to see who can keep pace? Wo geht's denn hier hin? Let's my magics grant you an elemental boot. Hold fast, Arisen. I shall not let you fall. The Arisen is in your charge. Oh. Greif doch mal die... An. But Seymour, we're catching up today. That was certainly worthwhile. The Arisen has been put to sleep. Rally, reinforcements have come to aid our phone. Be sure. Be sure. Be good challenge, if I ever saw one. This will be over in moments. You have my support. I never would have expected to find a cave in a place like this. My kind of... I like the dance of a friendly conversation with this lot. Yeah. I cannot be too careful. Hey. Wo geht das denn hier hin? Woops. Das war's. Das war's. Hey, Mr. Basts. Hey, Mr. Basts. Hey, Mr. Basts. Hey, Mr. Basts. Bergmannshose? Hmm. Hmm. I've just recalled. I found a treasure chest here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Hmm. We ought to keep watch, lest we be set up on the... Plattenharnisch. Be sure to keep your wits about you. Hmm. 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 Oh, komm. Ich will wieder zurück. A hidden path? Ich denke, dass es monstern über dem Weg gibt. Ich schaffe, dass du deine Wut über dich verletzt hast. Wir brauchen sie zu gehen. Hbleh in da, Master! Ich komme zum Einsatz! Ein von uns wurde entzündet! Lass meine Magik imbüren Ihre Weapon mit der Führung der Elemente! Well, well. Colour me surprised. So. Also gucken wir mal hier. Baditenbein-Schien. Shhh. 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 Oh Gott. We've got Gottlieb. Motion would be wise, but we ought not let it halt us in our court. Hehehe. Oh Gottlieb. 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 Oh. So... Now there's a worthy prize, if only to end so far away. Hmm... Ugh... The way forward is unclear. How are we to proceed? Master, I believe I could be evaded here. I can see no path to take us onward. It seems we've hit a dead end. Me thinks I can make it over there. I would gladly be evaded, Arisen. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Okay. Nochmal versuchen. The way forward is unclear. How are we to proceed? Me thinks I can make it over there. I would gladly be evaded, Arisen. Ah... Eingang in the Höhle. Okay. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Ah, duh. Rotte des Zitterns. I'm going to play with any cost of it. You have been doused in oil. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. You're scary. I should be. The field of battle is what will pit us against our fellows, but that does not make catching them down easier to ban. I quite agree. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Seems your luck run out. Add mine too. That's lager's run to somewhere. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early britain gets to the worm, as they say. Nice. Nice. Rulgiger Kerkerschlüssel. Hmm? Hmm? Oh... Oh... Hey... Schön von Wehrond. Nice. 37. 37. 38. 39. 40. 40. 41. 41. 42. 43. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 46. 46. Okay. 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 Das war super, Arisen! 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 Arisen! I will be with you in but a moment! This is here! I will be with you in but a moment! I will be with you in but a moment! I will gladly be of aid, Arisen! I will be with you in but a moment! I will be with you in but a moment! Hey, 37! I will be with you! Yeah, they have their uses! I grant you lightning's fangs! I will be with you in but a moment! I will be with you in but a moment! Best! 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 Was ist das eine Herausforderung, um zu sehen, wer kann sich aufhören? Wir versuchen uns zu steuern, dass wir nicht aufhören können. So, ich suche immer noch ein Greifen. So, ich glaube, es ist ein Greifen. Oh, greif. A meager challenge if I ever saw one. This will be over in the moment. You have my support. So, ich will mit dem fliegen. Verdammt. Let's find magic's ground to the elemental boom. Look out, Durism. We're under attack. We're under attack. We're under attack. Push it! Keep a firm grip, master. I shan't be able to catch you if you fall. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So. Und ich will jetzt ins Nest fliegen. Also mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Nehmen wir nochmal Delixier. So. Und irgendwo soll jetzt ein Nest sein von dem. Eindeutig hier. Oh, oh. Uh. Astounding. Did you really ride that grippling all the way up there? Here, strike with lightning on your side. Enemies' movements have grown sluggish. We must make the most of this opportunity. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Let us finish this. Let us finish this. Also, es geht zumindest. Okay. 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 Kann er jetzt nochmal down gehen? Na komm. Oh. Wow, was macht der jetzt da oben? Oh. Oh. Okay, anscheinend scheint der Greif irgendwie geflohen zu sein. Warum wir aber eigentlich hierher wollten, war folgender Grund und zwar... Der Zielkristall und der Reisestein. Aber der Zielkristall ist schon mal viel wert. Ja, genau. Ist das jetzt ein anderer? Okay. Oh, und ein zweiter ist klar. Okay. 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 Bye. Okay. Hops. Haha, sauber. Das ist doch hier ein... So. Haben wir zwei kaputt gemacht. Was ist das hier? Welp. Okay. Was ist das? Ich sage es, wir tränzen unsere Före, gut und wahr. Wir müssen uns nicht verletzten, um sich zu verletzten zu werden. Wir nehmen jede Trial, wie es kommt. Was ist das hier nur? Was ist das hier? Was ist das hier? Was sind hier noch Gegner? Oh, da. Was ist das hier? Noch ein Reisestein. Nice. Oh! Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Indeed. Surely we've time for a short carefare we continue on our merry way. Wo bin ich hier nur? Oh Gott, was bist du? Ruhestätte des Tu-Nicht-Guts? Ruhestätte des Tu-Nicht-Guts. 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 Huh You Schade Ruhestätte des Tunichtsguts Come to think of it In the end We never did attend the coronation What bountiful art Could grant one other than the arisen Control over pawns Okay, let's go in the other direction I would have preferred not to have to fight so soon But at least I know I am up to the challenge Try not to get hit Unless all that vim go to waste Here, an enchantment of cold To freeze our foes The paths to victory are myriad indeed That strategy never would have occurred to me Unbelievable So that's where you hide So Oh Wir sind wieder draußen. Okay. Nice. Okay. There's ought to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer look. We must escape. We must be recast. We must escape. We must be recast. How? Material. I shall deny. They have their uses. Pfft. 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 All right, thanks! Piers, a strike of lightning on your side. Heh. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Okay. Anscheinend wurde gerade ein Paket geliefert. Cool. Äh, ja. Da ist gerade ein Paket gekommen, das hole ich mal eben. Okay. 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 Nice! okay Okay. Okay. So, also ich muss hier gerade die Klemmer auf. So, also. So, ich muss hier gerade die Klemmer auf. 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 Dankeschön, wünsche ich dir auch. Doch, ich baue gerade einen Mikroständer zusammen. So, ich baue gerade die Klemmer auf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dort ist jetzt der neue Arm Der ist auch ein bisschen Der ist ein bisschen steiver, weil der einfach nur über Gelenke arbeitet Glaub ich. Ja. So. Oh ja. So. Da stehe ich voll und ganz hinter mit meinem Namen. So. Ja. Was ist das? So. Ja, äh, eben gerade wurde ich von, warte, davon habe ich, äh, wo habe ich es denn? Wow, ey. Und zwar, wurde ich eben gerade im Nest von zwei Greifen angegriffen, die konnte ich beide zum Glück downsetzen. Gott sei Dank. So. Oh. Oh. Kein Ding. Look there, I spy another statue. Why don't we go take a look? You're well formed of picking things up, aren't you? Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So... Ich weiß genau, wenn eine Kurative braucht, Master. Oh, ich muss hier unten lang. Oh. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Höhle am Ende der Welt Hey! 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 There are worse places to make camp Let us keep this place in mind for when night falls Shall we make them rue their own impatience? This is easily done Come to think of it Come to think of it What an enemy will die Use us to battle You can't believe that we can do to go out of our vì There won't be so much That's too many Maybe there will negu Lets go out of our way I can go out As soon as well as that too Okay, freeze our clothes. Wo geht es hier lang? Okay. Das war's für heute. Was ist denn ein Weißkristall? 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 Das war's für heute. Was ist denn ein Weißkristall? Was ist denn ein Weißkristall? Oh, überladen. Was ist denn ein Weißkristall? 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 Ich kann überall sein. Gehe alle Schäden. Und bemerke die Schäden. Verwärts Sie sich über dich. Okay. Kann ich den hier platzieren? Ah. Ah. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early Griffin gets the worm, as they say. Oh. Shhh. 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 Ugh. But are we safe here? Do take care on the road, sir. These are dangerous. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Was fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. This might contain useful information. A thorough perusal might reveal... The water of interest. So, weiter geht's. ... 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 Gebe mir das, was du überleichtst, und dann überleute dein Ponderes... So, das ist dein Pr... Du kannst es mir geben, mit... ...wenn... ... ... ... Well, well. Very good. That's the spirit. Such generosity deserves a reward, methinks. Okay, so. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld farm. Okay. Oh, so. Oh. 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 Do you arisen? Ich folg nochmal von der Arzt Okay. So, und jetzt wollte ich einmal eben die Suchersteine abgeben. Da hatte ich ja noch ein paar von gefunden. Der Ring ist so drin. Okay. So. Oh, ja. So, dann fahren wir doch mal mit dem Ochsenkarren nach Melve. So, da stellen wir einen Zielstein ab. Oh. Oh. Dann legen wir ein und fahren nach Melve und machen da ein bisschen Kram. So, wir werden jetzt angegriffen. So, dann fahren wir doch mal mit dem Ochsenkarren nach Melve. So, dann gehen wir doch mal mit dem Ochsenkarren nach Melve. Okay. So. 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 Und hier stellen wir einen Reisestein auf. Zwei hier. So. 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 Jetzt müssen wir bis zum nächsten Tag warten. Und wieder kaufen. So. 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 Ja, ich komm wieder. So, und das geht jetzt die ganze Zeit, bis ich 100, glaube ich, habe. Von allem. Always a pleasure. Here at the I, I get so few customers, you see, that I can manage. I cross both roles myself. Always a pleasure. Fancy look at my wares? Always a pleasure. Oh, 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 oh. Fancy look at my wares? Jetzt kriege ich hier schon 5% Rabatt, nice. I do so enjoy stocking up on supplies. Gold makes the world go round. Here at the I get so few customers, you see, that I can manage. Manage both roles myself. Elf. But enough do come again. Well met, sir. Ja, ich komme again. Here at the I get so few customers, you see, that I can manage both. Rolls myself. Elf. But enough. Always a pleasure. So. Very well, I hope. So. Und das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit. All right. Shh. Fancy look at my... Isn't that something? Fancy look at my... Oh, gibt trotzdem nur 5% Rabatt. Hier in der Icke, habe ich so wenige Kunden, dass ich mit Räumen kann, mit Räumen selbst mit Räumen. Aber es ist immer ein Freude. So. Well met, sir. How do you come again? Here at the E, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Oof! Aber genug von mir, ich komme wieder. Fancy look at my wares? Fancy look at my wares? Always a pleasure. Ja, ich weiß. Den Spruch sagst du auch jedes Mal, wenn du hier bist. Äh, wenn ich komme. Echt super. Fancy look at my wares? Fancy look at my wares? Always a pleasure. Ja. Okay, ich habe keine Lust mehr. Äh, ich habe es bis jetzt nur vergessen auszuziehen. Always a pleasure. So, und jetzt farme ich gerade ein bisschen Geld. Und guten Abend. Und... ... 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 Und du musst halt nur die ganze Zeit Y drücken, weil man kann nicht auswählen, bis wann man schlafen will oder, ja. Und du musst halt nur die Zeit und dann, bis wann man schlafen will oder, ja. So, jetzt geht's zurück. Und du musst halt nur die Zeit und dann, bis wann man schlafen will oder, ja. Ich brauche ein bisschen Bewegung. Bewegung. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es für die Arisen zu entscheiden. So. Ja. Ich bewege mich doch durch die Gegend. Hm. Hm. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Hm. 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 Heh. Naja, also ich bewege mich ja durch das Raum-Zeit-Kontinuum, also würde ich sagen, das zählt als Bewegung. Na toll. Na toll. Okay. Das war's für heute. Der sagt, die Aristen kann sich nicht mehr so gut aussehen. Outstanding! Was do you suppose that was fun? Oh, das ist der heavens! Blödinger... Yes! So, und jetzt können wir nämlich die ganzen Früchte, die ich gerade gekauft habe, verkaufen. So, und jetzt können wir das Grimoire wissen, was bringt mich an ein kurioses Punkt. Hm? Was ist mit meinem Augenblick? Oh, äh, Neermander Bandit. Jetzt, wie ich gesagt habe, ich würde sagen, dass es ein Teil von einem Set ist, und nur die Wahrheit zeigen. Ich habe gehört, dass seine Brüche in einem kleinen Shop in Vermont gefunden wird. Aber du, Herr, ich will sagen, dass du an... Ich empfehle dich. All ich will, ist, dass meine Familie eine gute Leben ist. Das Leben, die sie verdienen. Ich bin so lange, wie du willst. He he. Du kommst wieder! Nice. Ja. 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 Jetzt ist die Frage, geben wir dem das Grimoire oder nicht? Ja. Ja. um welcome well always a pleasure no purchases to be made today I see I just hope the shopkeep understands browsing was enough to scratch the itch in my case look as long as you do come again can I noch irgendwo was einkaufen good day sir Was ist das? Not bad. No one can defend themselves in a grapple like this. You've been doused in oil. You must stay clear of fire. Come on, dude. Oh, 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 oh. Was? 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 Was ist das? Das ist ein Distress. Drop all your valuables, and I might just let you live. Bah, things all sort themselves out. Oh, come on. Leider ja. Und leider weißt du hier nicht, wie, wo, was der verschreckt hat. Und dann musst du warten, bis alle Viecher kaputt sind. Das war's. If we have a destination in mind, a Noxguards would get us there with little effort. Well, we've few other means of transport at our disposal. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? When the mind is split, the heart must lead. So I've learned. Oi! Keep out! A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Oh-oh. Might as well take a look. While you're here, stop by again soon. Our packs are heavier and our purses are far lighter. These were necessary expenses, mind. No use, clinging to every last coin. Hops. Warum eigentlich Sightseeing Berlin? Are you a liar? Then buy something. On the transference does not like to do much harm on its own. But when come, take care how you use it, sir. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Is very much. I shall have your order crafted in good time. And a little many thanks to you. We have acquired the grimoire entitled On the transference of souls, just as Sir Isaac requested. Will we be delivering it to him? Okay. Ich war noch nicht so oft in Berlin, aber das trifft zum Teil echt zu. Oh. Ha ha. I'll become any request. Be it welcome. If you think me a liar, then buy something. The item you requested is complete. Here you are, sir. Use it well. Hope to see you again. My own master aftercrafts such forgeries. Well, well. Colour me surprised. Might as well take a look while you're here, eh? Stop by again soon. I'll be right back. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte gerade mal gucken, ob irgendwo Fairy Stones angeboten werden. Eher weniger. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Many thanks! A well-organized pack is my specialty. My talents lie in combining material. Reels. Tis a pity we must part after sharing such a journey. It would be an honor to serve by your side. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Fair travels, Arisen. Gerade fast das Schlimmste bekommen, was man bekommen kann. Okay. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Vielen Dank. 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 Hello? Ehm... Da kann ich mir... will... Ja, das... Ich... Also... Wie gesagt... Ich habe... Ich... Ich... Ja, für... Fast food... war das doch... ein wenig... Ich... Das ist... Amiga... Ich... Ich... Ja... Ja... Ich... 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 Und... 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 Ich... 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 Und... Und... Ich... 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 Ein... Also... Ich... Ich... Jetzt kann man hier äh in meinem Ort nachts um eins nicht mal eben los und noch irgendwo ne Cola kaufen oder sowas. Oh, der war's. Oh. Naja, tagsüber haben die ja trotzdem noch auf. Ja, haben sie ja an sich nicht. Die haben irgendwie für die Nachtschicht. Was waren das? Sieben oder acht Euro Stundenlohn gezahlt auf Minijobbasis. Ja und das wird jetzt halt eingestellt. Ja. 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 Ja, also da kann ich das halt mit Minijob völlig verstehen. Ja. Also, das finde ich auch verwerflich aber, ja, er hat halt nur seinen Job deswegen verloren. Naja, und wir reden hier von wirklichen Minijob, ne? Also das ist jetzt auch nix dramatisches. Oh. Ey, Policy Mögen dreißten wir uns nicht. Da geht's. We are fortunate indeed. This is a rare find. I dare say the quandary of what to do with it is half the joy. Shhhh... Nee genau, also das ist jetzt auch hier schon, ich würde mal sagen, jetzt schon fast gefühlt Jahrzehnte her. Und da hatte ich hier jede Tankstelle einen 24-Stunden-Service und da konntest du abends noch Sachen kaufen und so weiter. Fuck. 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 Come to test your wits? Is ever the first we keep for- Oh, was haben die denn schon wieder gesagt? Das kann... ...wahrscheinlich nix Intelligentes gewesen sein. We seem to have a ride without issue, it's unsafe. No sense letting the enemy gain the upper hand, the early griffin gets the worm, as they say. ...stay. 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 Also, nee, genau. Ja. Also das Einzige, wo ich persönlich was gegen habe, ist diese B-Schein-Wohnung, diese Bedarfswohnung. An sich finde ich das Prinzip super und alles gut und so weiter. Mein persönliches Problem damit ist nur, hier in meinem Ort, wenn du auf Immobilienscout oder 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 guckst, gibt es eine normale Wohnung für, keine Ahnung, 1300 Euro warm und 10 B-Schein-Wohnungen. Und das eigentlich fast konstant. Und das regt mich ein bisschen auf, weil ich echt ewig gebraucht habe, bis ich meine Wohnung gefunden habe, weil alles andere halt B-Schein war. Aber das ist so ein ganz dezentes persönliches Problem, also nix wildes. Also ich kann das mit dem B-Schein-Wohnung völlig verstehen, finde ich auch völlig in Ordnung. Solange der Bedarfsschein auch wieder weggenommen wird, wenn man keinen Anspruch mehr drauf hat, dann finde ich das gut. Ja, und das Schlimmste bei uns hier in der Region ist, dass ganz viele Wohnungen und Häuser gebaut worden sind und die sind alle mit B-Schein gemacht worden. Das heißt, du findest hier überall nigelnagelneue Wohnungen, in denen du erst in zwölf Jahren oder so einziehen kannst, weil die alle über B-Schein laufen. Und ja, also du hast keine Chance an was Schönes Neues zu kommen, weil alles B-Schein ist. Das ist bei uns gerade so. Und ja, und sonst kriegst du, was auch völlig bescheuert ist, du kriegst eine Haushälfte für 900 Euro warm oder kalt, ne kalt war es, oder eine Drei-Zimmer-Wohnung für 900 kalt. Also völlig abstrus. Ja, aber, ähm, wenn Empfänger mit Burgergeld teilweise hungern, dann hört's auf. Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Also was ich, weil ich, ich produziere das jetzt mal auf mich selbst, ich glaube, was ich in dem Fall gut finden würde, was mir wahrscheinlich auch sehr helfen würde, wäre, ähm, ein Angebot von Einkaufs- und Kochkursen für Burgergeldempfängern. Also, ich hätte das wahrscheinlich, oder würde das wahrscheinlich in dem Fall annehmen, weil man hat dann ja weniger Geld zur Hand und es ist ja eindeutig günstiger selbst zu kochen als, ne. Und sowas einfach mal anbieten, ich glaube, das würde, würde mich ziemlich, äh, unterstützen, wenn ich Burgergeld bekommen würde. Ja. Ja. Ich hab jetzt auch ne Zwei-Zimmer-Wohnung, ähm, die war jetzt absolut günstig, aber... Bei uns hier gibt es nur zwei Kategorien. Ein-Zimmer-Wohnung und... Äh, also, bei uns gibt es Ein-Zimmer-Wohnung und Haushälften, die günstig sind und alles andere ist teuer. Also, du willst ne Zwei-Zimmer-Wohnung, ja, good luck, bewerben sich 40 andere Leute drauf. Du willst ne, ähm, Drei-Zimmer-Wohnung, bewerben sich 80 Leute drauf. Also, das ist völlig gestört. Ja, und bei mir hat's... Bei mir war das Glück, äh, das Glück, dass ich über Immobilienscout ne Bewerbung losgeschickt hab mit Foto. Weil da haben die gesagt, ja, das Foto war das Ausschlaggebendste, warum wir das gemacht haben. Warum ich die Wohnung bekommen hab. Komm, um deine Wohnungen zu testen. Seeker's Tokens are tre- Yet, where was it that you found- Ah, I see I need- Well sought, and well found. I trust it was a pleasant jaunt. Five riddles have I posed. Perhaps you expected more. But I'm afraid that, though constant this world may seem, And so, the time has come for me to fly. But for now, I bid you farewell. That was certainly worthwhile. To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. So, we'll manage whatever comes. We always do, don't we? So. We'll be right. Let's go. Oh. We'll be right back. Oh. 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 Okay. Ja. Ähm. Mir wurde andauernd gesagt, ich, äh. Es wurde immer jemand anders gefunden. Jemand, der besser passt oder oder oder. Und, ja, ich hab mich da echt auf Schrottwohnungen beworben. Ja. 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 So Oh 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 I was just getting warmed up One of our number is unconscious. On my way Hey 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 Good Oh Gott. Komm ich hier noch irgendwie runter? Oh. Hey, wir laufen hier lang. Oh, Böhle. Okay. Oh. 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 Hey. Oh. 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 Oh, here's a surprise. At least all our efforts work for Nort. Ha. I'll have to remember to tell my own master about... Oh, what? Oh. Oh, where have I got you. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das die richtige Weg? Ah. Laufen wir hier lang. Ah. 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 Oh. Ja, wir laufen erstmal hier unten lang. Ja, wir laufen hier unten. Ja, wir laufen hier unten. Okay, wo müssen wir lang? Also müssen... ...hier hin. Ja, da wär's hier einfacher. Auf geht's nach der Ruhestadt. Kontrollpunkt Ruhestadt. Oh. 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 Jetzt habe ich dich! Oh, nice. I spy the remains of an oxcart. Do the fiends of this world hold nothing sacred? The roads are hardly safe. Need not shrink from danger. Weave the strength to prevail over anything. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that wouldn't go twice. Shhhhhh. Shhhhhh. Okay. Okay. Geht's hier hoch. Okay. Another statue? May have to yield our sort of views. What's that? Mark it in our minds. That's the best interest. Shhhhhh. Oh, diese blöden Wölfe. Prepare yourself. Let the elements empower your strikes. Nice. Um. Hmm. I'll go see. Oh, 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 oh. I can't even think straight. Mean things have been felt, eh? Just a few more, for good measure. Thank you, sir. Consider it my thanks for all you've done. Ja, kein Problem. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Zane. Okay. Was ist das? Hey. Was ist das? Gehen wir jetzt erstmal hier hin und geben unsere Sachen ab. Safety first auf jeden Fall. Reckon your trade towns can make you right sick of crap. Safety first auf jeden Fall. Safety first auf jeden Fall. Safety first auf jeden Fall. Willkommen, Sir, nachher all. Tis folly to linger on a single vocation. When there are so many, it's always a pleasure. Our foes will quail in the wake of your fearsome blows, Master. I can just imagine the look of horror on our enemies' faces. I almost feel sorry for them. Reckon your trade towns can make you right sick of cr- No crowds, but here, a pleasure doing bi- Okay. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here- At least- At least- What is that? What is the cheers for this? Okay. Where is the Das war's. Geh! Reckon you trade towns can make you rights? Reckon you trade towns, but here many thanks! So, and then just no skill. Welcome sir. If you watch after all, it is folly to... ... 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 Geht's. Weg folgen, um zur nächsten Mission der Sphinx zu kommen. Und dooo können wir dann wieder ein paar Quests machen. Geht's. Nice. Geht's. A nasty blowback. Boah. Hehehe. Hey, Laufbahnaufstieg. Okay, wir müssen hier aber keine Ausfahrt haben. Okay, das geht doch der andere Weg. Geht das da oben lang? Ach, wir müssen den Weg gehen, okay. Geht's. Not even a storm shall draw a complaint from my lips. Grumbling isn't like to improve our situation, you know. Oh Whoa Bis zum nächsten Mal. To the chest. I shall take a look inside. Prison? You are full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. Unbelievable. The enemy flees before us. The surprising sign of wisdom. Let them run. We need not waste our strength. Wo kommst du denn her? Yeah. 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 That was kind of big. What's your fortune? Yeah. I got it. I got it. Yeah. I got it. I got it. Das war sehr gut. Ich wusste nicht, dass ich mich so fühle, dass ich so lebhafte fühle. Es gibt keine Bedürfnisse, die ich hier verabschiede. Kein Problem, etwas zu verabschieden. Ich habe noch mehr von den Kriegen! Well said. Strike hard enough. We might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Well, I must. The day grows darker with our every step. Years pricked. It will be difficult to pinpoint distant foes. By sight alone. ... 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 so richtig. Und das hat, ich glaube, anderthalb Tage gedauert, bis ich das schwarz wieder von den Fingern runter hatte. Bei Monitoren nehme ich mittlerweile nur noch destilliertes Wasser und ein Mikrofasertuch, weil alles andere greift die Beschichtung auf Dauer an. Und dann kriegst du so weiße Streifen drauf, die du total schwer wieder rauskriegst. Ja, das ist schön. Ja, also sauber auf jeden Fall. Aber die oberste Schicht ist halt das Problem, was ich öfters hatte. Also bei zwei Monitoren. Es kann auch sein, dass ich... Also ich habe keinen Sidolin natürlich verwendet. Vielleicht war das das Problem. So, und wir müssen jetzt nach Bag Badal. Ähm, und hier müssen wir uns einen MPC klauen. Oh, okay. Ja, dann Glückwunsch. Ich hatte nämlich das Problem, dass bei mir wirklich die Beschichtung weggegangen ist und dann hast du da so einen weißen Streifen drauf. Und das sieht hart kacke aus. Vor allem, wenn du, ähm, in dunklen Bereichen unterwegs bist, äh, kommt das dann halt komisch rüber. Ne, ne, das hatte ich auch nicht gemacht. Also wirklich auf dem Küchentuch und einwirken lassen und ja. Ja, das, äh, ja. Kann ich nachvollziehen. Damit, äh, im schlimmsten Fall läuft es irgendwo rein und du grillst den Monitor. Ja. The pain I experienced at the Coronation was beyond imagining. There will be a reckoning for this. I shall not suffer others to mimic our Master's powers. You there, have you a home in Babal? If not, now, I have noticed you tend to travel with pawns. Bald choice here, so I thought you might prefer a home of your own to stay at, rather than a crowded inn. Well, what say you? Ich hab mein eigenes Haus. Nice, das zweite. Privatbehausung in Backbattal. Ah, hübsch. Elektrum. So, wo wollte ich hin? Ja, also bei echten Klarscheiben, ähm, im Fernseher zum Beispiel, da kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, wie viel man anwendet. Und mit Sedulin hab ich noch nicht gearbeitet, das ist das halt. Ah, der Schlüssel. Ah, dann ist das der Verdunstungsgrad, der super ist. Wieso kann ich hier keinen Reisestein verwenden? Hier? So. Hey, du bist mit. Ja. Also ich hab... sehr gute Erfahrungen mit, äh... Ups. Ist der tot? Ey. Oh. Ich hab's... Äh, mit, mit, äh, wie heißt das hier gleich noch? Mit, ähm... destilliertem Wasser hab ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm... Das hat tadellos funktioniert und du kannst halt super... das Ganze, äh, einweichen lassen, ohne dass du... ...Schlieren auf den Monitor bekommst. Ah, jetzt geht's. Ist er tot? Ne. Ja. Äh, joa, also wie gesagt, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und auch keine Kalkränder oder 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 davon gehabt. Also, funktioniert super. Well, well, very good. Well, well, the amphora has been delivered in tact. Though I'd hope to savor your dismay, you shall have your prize all the same. So, sieben. May have towards somewhat overdone, but no matter. Hier eben draus. Jaaa, das glaube ich. Ich habe nur keine Ahnung davon. Ewiger Bund. Was ist das denn? So vast is this world, indeed. In the grand scheme, we are as dis- Okay. Okay. Wo wäre Tee? Jaaa, okay. Kabat. Tscho. Gäät. � Zeige die Impfung. 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 Oh. Okay, das ist nur ein Schneider. Wo könnte denn Virgil rumlaufen? Läuft er irgendwie hier draußen rum? Ja. Um. Oh, goodness. Well met. Uh, it's obvious, ain't it? Sure. Um. Gathering materials makes for dull work indeed. Go on. Oh, nice. Have a look. Many thanks. Thanks. The hair. Yeah. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok Sorry Irgendwo soll hier Virtual sein Well, Matt You'd be a fool to... Would you look at that? Try to keep up, eh? You'd be a lot of us You'd be looking at my waist Could it do a sign? Die ist er auch nicht... Look around, you little master But be sure to buy all Uh... Okay 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich bin in der falschen Position. Okay, ich bin in der falschen Position. They can be most convenient, though they only travel during the day. This oxcart's bow can't let you on till you've paid. This one's shaking. Okay. 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 Let yonder statues be your means. For every question aptly answer this is your answer. Are you sure of your ca- My. Warum? Das ist ziemlich ein number. Und der richtige 1, zumindest. Natürlich, deine Erudition kann nicht weitergehen... ... ... ... ... ... ... Ring des Spottes? So, und anscheinend kommt jetzt noch das letzte Rätsel. Und mit dem, ich denke, ich werde jetzt meine Leverfülle, um die nächste Rätsel zu erwarten. Well, you are a persistent one. Truly your greed is boundless. But soon you will learn. Those who live, though, it is a pity. I take it will bring me no pleasure to spill your blood. But nor... Magistrate, this calls for a curate. Dare say there'll be no more riddles after this. We've little choice but to respond in kind. To battle! Oh, God. A test of tenacity. Why don't we do that? Well, we might have a silent battle. Far quite from being invincible. Straight to the hell, like... Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. We can ill afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy here. Take a basic action when it's not. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Was you make of this? Have you had enough? Switch up! The pipe is time to act! I am no common beast to be felled with careless strikes. No harm shall come to you. I trust it to pass. The beast is marvelous as a fortress. What could it intend? The creature would be right, but we ought not let it halt us in our course. Beast! Why are you wonderful? Beast is killing me, the creature! Man darf nämlich nur den Arsch angreifen. Oh Gott. I shall suffer this no longer. I'd hoped for some sport, but you have proven yourself wanting. Farewell. A bitter end. So, mal testen, ob das funktioniert. Not paljon Tonight. Grìu. Broadę out. Investigate. I don't want to admit a moment. Bye berserk. Bye. 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 So Oh Oh, ich hab doch davor gespeichert Oh Hmm. Okay, let's keep an Eternal Wake Stone. Schade. Let me get that. So, was ich mal ausprobieren will, ist... Mal sehen, ob man im letzten Gasthaus... Schade. 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 Ich will dich wieder sehen. Nicht kaufen? Das ist nur so gut. Es ist besser, selektiv zu sein. Browsing war genug, um zu... Kratsch die Itch, in meinem Fall. Dann testen wir das Ganze nochmal. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sehen uns. Hm. No need to overthink it, you... Ich kann es auf eine Weib. 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 Vielen Dank. Das ist es! Das ist das Moment, ich habe Ihnen vorbereitet. So, dann können wir hier einmal komplett durchklickern. I wonder if we would have been wet. I suppose it could have gone either way. Oi, walking about with pawns, you from Vrmf. Well, save it. But I've got a heart. All you've got to do is, if you're bested, then we'll take it. Put your back into... Prepare yourself. Mist, hang it on! Well now, but I must say, and who are you supposed to? Nay, I'm a... It's not my conscience that you even wanted to be in it. The fact that I'm... Hmm, Ragnall. Well, it is, but I trust your... Oi, bring it out! Where's that reprobate gone? We'll see if you can escape. Shut them your metal! There's no room to parley. Nothing I can do without. Counting on you! Don't let me down now! Is there no room to parley? Well now. Oi. Come on, you lot. We... After all, Judd, I suppose that coward knew, he was no match for you at any rate. Of course, I can't till next time. One cannot help but wonder about that, Sir Ragmoor. That's how we've got it. Who is he really? Ah. I'm not sure, what to tell you. I just need to go. I just need to go. D'oha. I mean, I can go. I have to go. Let's go. Let's go. Let's go. I will go. We will go. I will go. Oh, oh, oh. Okay. You can't hear me complain about an early repose. Okay. A good sleep does wonders. Off we go then. Feeling rested, I trust? Oh. You there, you seem not as a beast, indeed, tis should the day come that you... And here we are, in the blink of an eye. Okay, shall we take stock of our surroundings? What in the world hold a month for generation to think that it is that why you... Shhh. Well, well. Very good. Well, well. The amphora, though I'd hope to savor your dis... Outstanding. Now. Questions beget. Out. My memory fails me. Let yonder statue... Uh. 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 Let yonder statues be your means. This is your answer. Are you... My, that's quite a number. Yet me thinks your memory has led you, perchance our game meant less to you than you believed. I concern myself with you no longer. Mayhap, my next challenge till such a one should come. It... Ah! 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 You there! You tis a beast of indeed, tis should the day come that you... Ah! 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 We've made it then. What's our first order of business arisen? Ah! 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 Versuch Nummer 2 So vast is this world and full of life indeed in the ground. But all these differences so I seek this man. If men are so discouraged, I'm sure you'll find him in choice. Okay, I've been deceived. We're less fleet of foot. I've ever thought to share myself. The pawns in this party are women all. Oh. 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 So jetzt müssen wir wieder zurück nach So und wir haben jetzt den Bögenschützen ausgewählt damit wir notfalls die Sphinx abknallen können so 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 Das ist der Mann, der ich besucht habe. Wirklich? Du bist glücklich mit deinem Antwort? Dann werde ich die Mehrheit weigh. Wirklich? Ich werde die Menschen aus der Fasenicke platt. Ich werde die Hügel nicht übersehen. Ich werde die Hügel nicht mehr tun. Aber nicht. Now, when my memory fails, let yonder statues Oh, no, 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 no Let yonder statues be your means This is your answer Are you sure of your count? My, that's quite a number Und? War richtig? And the correct one no less Of course your erudition shan't go Though hours have come However, bear this ring into back Ah Gut, Show. You have more than earned your... ... 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 I shall now take my leave of you. To. Well. Truly your greed is though. It is a pity. It will bring me no pleasure to spit. We must leave this ambulance. It's your first time backing such a gun. Are you expecting nothing? What would you make of this? Ah! 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 We can feel a form to rush people into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy for him. Not half bad. A test of tenacity. Ah! Oh! You can see a name. Oh! 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 See. Oh! do the evidence. To get. Proctpad to attack! Take a basic action when it starts to happen. This match has a devastating potential. Not too easily done. What can you make of this? Dance for me! Dance for me! Dance for me! Dance for me! Ah! Ja! Was ist das magisch? Sie sind auf meine Disposal. Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhh! Strength with the power of lightning! Ahhhhhhh! 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 Ohhhh! What a bad idea! Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! What could you make of this? Ahhhhhhh! 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 Wie lange geht denn dat? Ahhhhhhh! 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 Sollte wahrscheinlich nicht so laufen, aber... Ja, so... Kriegt man sie dann auch down. Du hast meine Admiration. Ich glaube sogar, dass mein eigenes Master auch ein Artikel so rare hat. So, und damit haben wir in einem Stream die Sphinx-Quest abgeschlossen. Alter Schwede, war das anstrengend. Ja. So, aber... Ich werde jetzt Feierabend machen. Morgen wird ein komischer Tag. Da streame ich noch ein bisschen früher, weil ich... um 20.10 Uhr... Warum auch immer um 20.10 Uhr... äh... einen Krankengymnastik-Termin habe. Und... Ja, deswegen... Schauen wir da mal. Ja, also... Ich wünsche noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht später nachher, wie auch immer. Und... Ähm... Dann bis morgen. Ja, ich will nicht übertreiben hier, ähm... Und völlig den Schlafrhythmus außer Acht lassen. Ja, und deswegen... geht's jetzt in die Haier. Also, gute Nacht und bis morgen. Danke fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen. Ciao und so weiter.